Hallo, mein Name ist Florian Klein. Ich bin selber Künstler. Florian, du bist ein cooler Typ. Wenn es die nicht gibt, müssten wir die noch erfinden. Für mich ist Florian der absolut größte. Ich möchte euch mein neues Projekt 365 vorstellen. Du bist ein unmöglicher Kai. Das ist hell. Du bist unglaublich gut. Du bist ein sexy Mann, der zaubern kann. Das ist etwas, das ich in meinem Leben nie gesehen habe. Das ist die erste Mal, dass ich es gesehen habe. Cool. Vor allem ist es so hoch dran und man sieht trotzdem nicht aus gut. Das ist fies. Es war so unglaublich, zu beschreiben. Du musst es selbst sehen. Es war wirklich, wirklich gut. Ich war begeistert, dass Florian mir nie auf der Bühne gemacht hat. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass jemand Gedanken lösen kann. Satan! Das Projekt heisst so, weil ich 365 Tage lang jeden Tag ein neues Video machen werde. Eine Scheisse. Respekt. Und auf YouTube und auf Facebook hochladen. Und ich werde euch jeweils ein Zauberkunststück präsentieren. Ist das dein? Ja. Nimm eins. Nein, ich hätte es gern wieder. Ich hätte es gern wieder. Und wenn man das Apfel-Logo so nimmt, kann man es so schieben. Und dann ist es hier unten. Und du kannst es anlegen. Es ist wirklich nicht mehr. Es ist da. Und es ist dein Telefon, ja? Ja, wenn du sagst. Ja, es ist dein Telefon. Wenn man es wieder von hier unten nimmt, dann kann man es wieder da hoch schieben. Und dann ist es wieder dort, wo es hinkommt. Du hast mich noch nie gesehen. Und du hast einfach meine Nummer rausgefunden, ja? Ja. Ich nehme doch einen zu beängstigend. Zu cool. Ist auch noch mit. Also mach es langsam um. Langsam um. Langsam um. Ganz langsam um. Kannst du mit der Kamera ein bisschen. Nein. 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 Das ist ein schattes Schild, den ich in den Wald gesehen habe. Yeah. Claudia stimmt das? Ja. Oh mein Gott. Nein, nein. Das geht nicht dann wieder da in deine Zorn. Ich glaube, der hat übersehnliche Kleinigkeiten. Du kannst mich einfach durchlesen, was ich gerade denke und so. Nehm mich mal an. Ich habe immer das Gefühl, du seiste eine Hexe und wir sollten die verdrücken. Das ist eine richtige Challenge für mich. und es bietet euch auch Einblicke in mein Leben. Ich sehe mich an einem schlechten Tag, an einem guten Tag, vielleicht an einem Auftritt, vielleicht auf Reisen, wer weiss, mir wäre das gewesen. Drei noch mehr, meinen Sie? Ah! Ja! Versatzballon! Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Nein, nein, nein. Ich verstehe nicht. Nein, nein, nein. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Abu Dhabi! Bevor wir hier zusammengekommen sind, haben wir Spenden gesammelt. Wir haben Spenden gesammelt, um dir ein spezielles Geschenk zu kaufen. Das stimmt. Oh, ich bin berührt! Und wir übergeben dir das jetzt gleich. Nein, wir übergeben. Nein, wir übergeben. Geben wir diesen Urals-Souverän. Darfst du ein Arschloch sagen? Wow! Say cheese! Cheese! Now you say cheese! Ich bin immer nur verwirrt. Ich bin verwirrt. Nein, ohne Scheisse. Ich weiss nicht mehr, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und will meinen technischen Beruf aufgeben. Ich werde jetzt... Ich weiss auch nicht was. Das ist damit. Schon auf Säcke. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr mich ab und zu begleitet. Dass ihr ab und zu auf Like drückt. Dass ihr vielleicht ein Video, wenn es euch gefällt, teilt. Und zu teilen. Ich schaue. Ich komme von hier runter. Und jetzt? Was ist das? Schau mal hoch. Schau mal hoch. Schau mal hoch. Schau mal hoch. Oh nein Scheisse! Nein, das glaube ich nicht. Das halte ich nicht aus. Schau mal hoch. 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 Sensationell und unglaublich. Vor den Augen spielt sich das ab. Und man kann es gar nicht glauben, was man da sieht. Einmalige Vorstellung. Schlank. Hätte ich nicht besser sagen können. Finde ich auch. Tito. Echt sehr, sehr cool. Unglaublich. Ich habe immer mal so Sachen. Das gibt es gar nicht. Das ist im Fernsehen. Einmal nur ein Fake. Aber wenn man das mal erlebt. Das ist einfach unglaublich. Respekt muss ich sagen. So. Peter und ich. Wir zeigen euch jetzt etwas mit diesen vier Münzen. Viel Vergnügen. Ich wünsche dir viel Glück in den Zukunft. Ich wünsche dir viel Glück in die Zukunft. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück. Herzlichen Dank, Florian. Ich hoffe, es klappt alles mit dir und weiter so. Super gewesen. Ich bin einmal mehr impressed von dir. Dankeschön, danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao zusammen. Ich bin gespannt. Wie wäre es für dich? Dankeschön und bis gleich. Come every day! Bye bye! Bye bye!